Er kann da bleiben bis morgen. Es gibt bestimmt das eine oder andere Spielzeugrad. Es ist 6.00 Uhr. Oh mein Gott, es ist noch nicht genau. Glückwunsch zu sehen und sehen uns bald. Vielen Dank. Vielen Dank. See you soon. Have a good try. Are you tired? Wir lassen ihn bis morgen hier oder in der Woche. Dass ich weniger Gassi gehe. Ja. Except you should leave him till tomorrow. Aww. He wouldn't have to go for a walk. I will take a towel for everyone. Piep? But then I have to not to pee anymore. Very true. Hallo. Äh.